Du möchtest dich weiterbilden und direkt mit einer höheren Qualifizierung durchstarten? Projektarbeit findest du spannend und ist für dich im Unternehmen wichtig. Aktuelle Produktionstrends wie Robotics findest du cool. Kaufmännische Daten möchtest du gut nutzen und cool präsentieren. Neue Trends wie 3D-Druck, Internet of Things und additive Fertigung interessieren dich. Präsentationen, Zusammenarbeit und Visualisierungstechniken möchtest du professionell gestalten und beherrschen? Virtual Reality, zum Beispiel als Marketinginstrument, möchtest du gerne einmal kennenlernen? Automatisierung und Vernetzung von Produktionsanlagen findest du spannend. Dann haben wir die perfekte Fortbildung für dich. Die Fortbildung vermittelt all diese Must-Have-Themen, damit du sofort in der digitalen Arbeitswelt durchstarten kannst. Mehr Infos zur Fortbildung findest du auf der Homepage www.industrielletransformation.de Coole Sache? Sei auch du dabei und melde dich an!